Hallo und herzlich willkommen bei Hannis Avantshop. Ich bin die Hanni und ich habe mir gedacht, heute probiere ich mal etwas anderes. Normalerweise warte ich, bis die Kampagne anfängt und dann lade ich mir die Bilder herunter und dann bearbeite ich sie als Video für euch. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass wir zusammen die Kampagne 16 anschauen. Die ist noch nicht gestartet, die startet erst ab 7. Wir sind jetzt am 30. November, also es ist noch genug Zeit. Bis dann. Wir haben auch noch genug Zeit von Kampagne 15, aber jetzt hier die Kampagne geht auf Motto Doppelte Freude, zweimal mehr Geschenke, Angebote und Glücksmomente. Und wir fangen mal an mit ein paar Sets für M und die kommen mit Geschenktüte, also der Mann als drei Teile und Anion für die Frauen mit 22,99€, die Goldgesichtmaske und die Creme, Goldemulsion. Dann haben wir von Lungs ein dreiteiliges Set mit 18,99€ und das Set Far Away Glamour, wieder mit Box. Und hier haben wir die Tüten oder die Sackel, was wir immer wieder beim Set bekommen, auch einzeln zu kaufen, mit jedem Stück 1€. Das sind die schwarzen, weißen und dieser Bonbon, das gefällt mir so gut, es schaut so aus wie ein Bonbon. Und diese Tasse, super Tasse, wenn man ein heißes Getränk einfügt, dann schließen sich die Augen der Maus. Und jedes Armband für 1€ dazu bestellen, pro Kauf im Wert von 60€ aus der Broschurre. Davon mindestens ein Set von dieser Seite. Also ohne Set von dieser Seite, könnt ihr die Armbände nicht mit 1€ kaufen. So und Davon hat wieder Duschgel vorbereitet, somit festlich. Cranberry und Süßorange oder Vanille. Nehmen Sie zwei für doppelte Freude, für hier 1,59€. Das ist ein dazu bestellen Produkt oder Angebot für Produkt oder Set aus der Broschurre. Und hier die zwei Mädchen sind so süß und sagen, ok, gönnen wir Mama mal 10 Minuten Ruhe im Badezimmer. Ist das toll. So und wieder hier ein Set mit Mascara, Glimmerstick und Glow, die Perlen, für 14,99€. Auch tolles Geschenk. Und was mir in dieser Kampagne auffällt und was mir ganz gut gefällt, sind diese Box. Die Sets sind so schön eingepackt in Kartons und Kopieren. Wirklich. Jedes Set kostet 22,99€, aber ihr müsst nicht mehr verpacken. Das ist so schön. Und der Little Black Dress als Kerzen oder Diffuser. Natürlich der Parfum kann man auch dazu kaufen. Dreiteiliges Duftset, zwei Kerzen und ein Diffuser mit 19,99€. Also wer dieses Duft mag, dann kann ihn gerne im ganzen Haus haben. So, dann holen sie sich zwei zum Preis von einem. Doppelte Freude. Zwei Mascaras für 7,99€, äh 93€. Entschuldigung. Also man muss die Kode von beiden gewünschten Produkten eingeben. Ich habe jetzt ein Stativ, ein Ständer, aber es ist nicht so groß. Und deshalb kann man nicht das ganze Bild sehen. Ich könnte es halt so oben halten. Aber, weil diese Broschüre nicht gleich stehen bleibt. So, dann haben wir die Lippenstifte. Wieder 6,59€ für zwei Stück. Und Anil-Produkte, die tollen, 29,99€. Zwei Produkte zum Preis von einem. Die Softmusk Produkte der Linie. Wieder für 12,99€. Alle vier. Jetzt die kleinen Sets. Die haben mir letztes Jahr auch gefallen. Zwei Produkte für 1,99€. Und die, die finde ich so schön, die Schachtel, so wie die auch verpackt sind. Individual Blue. Das ist nicht teurer als sonst. Ich nehme die Tasche dazu. Das ist schön. Und wieder Attraction. Ein anderes Box, anderes. Die schauen so schön aus. 22,99€. Dreiteilige Set. Für sie und für ihn. Und die Anil-Produkte. Als Set. 26,99€. Ich glaube, die sind nicht viel teurer als normal. Und hier im Set ist mir deutlich billiger. Als Bonus. Dazu bestellen. Das ist wieder ein dazu Angebot. Vierteiliges Set. Für 15,99€. Oder das Duft. 100ml für 15,99€. Wenn sie bereits um 15,99€ aus der Broschur bestellt haben. Ich glaube, viele meiner Kundinnen, die Faro erleben, werden sicher zugreifen. Schmuck. Auch dazu bestellen. Diese Preise sind 15,99€ für den Uhr. Und bei Männern ist 17,99€ für den Uhr. wieder wenn man ein Produkt oder 15,99€ aus der Broschur bestellt hat. Sonst kostet der Uhr für Männer 29,90€ und der Frau Damen auch. Ich glaube, ich lasse das lieber runter. Weil ich pass ja eh nicht auf. Ich schaue in die Broschur und ich... So. Hier haben wir zwei Sets. Einmal Abdeckstift und einmal Mineral Foundation. Für 15,99€. Und dann der zweite Set besteht aus Mineral Foundation und einem glätterten Puder. Das kostet 19,99€. So. Auch in der Linie Lux haben wir jetzt Nagellacke. Die drei Farben. Das ist jetzt neu. Und hier auch ein neues Produkt. Ein Highlighter Puder mit herausdrehnbarem Pinsel. Natürlich die Lux Produkte, was Normalpreis haben. Es kommt mir nicht vor, dass es teurer werden. Die Cremen. Von Planet Spa. Die sind total cool. Meine Kundinnen sind... Verrückt mit dieser Cremen. Vernarrt. Dieser kleine Set, zweiteilige oder dreiteilige Set von Planet Spa finde ich cool. Für 4,99€ ist gar nicht viel. Und der da kostet 3,99€ und dreiteilige Set kostet 5,99€. So. Die neue Dufte Maxima und Maxime. Ein dreiteiliges Set. 23,99€. Mit Sackel. Mit Geschenktüte. Unsere Produkte der Marke Mission sind auch einzeln erhältlich oder als Geschenk. Natürlich mit Sackel. Dreiteiliges Set mit Sackel. 90€ oder zweiteiliges mit 70€. So. Encanto präsentiert eine neue Linie. Mit Noten von saftiger Birne und Baumwollblüte. auch süße Vanille Basis. Das ist eine lila Linie. Die blaue, die ist meine Favoriten, die Encanto. Mal sehen, wie die lila heißt. Alluring. Encanto Alluring. So. Und das ist Encanto Faszination. Die mag ich. Besser als die Rosane. Und hier haben wir ein paar Sets. Für 2,29€. Zwei kleine Produkte. Ein kleines Geschenk für jemanden. Und hier kann man die Sackel gehen. Die Tüten. Die Knallbonbons. Für Nagellacke. Ein Set. Und Cremen. Handcremendreck. 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 In dieser Verpackung. Oder 3 Taschensprays. In Set. In dieser Verpackung. Und die Männer kommen auch nicht zu kurz. Die haben auch was zum Ausfällen. Oder wir als Geschenk für unsere Männer. Neu. Remington Haartrockner. Letztes Jahr habe ich der Remington Produkt viel zu teuer empfunden. Jetzt kostet. Ja. 74,99€. Muss man nicht unbedingt haben. Meine Meinung. So. Shade the Day. Die Distillery Linie. Ist neu aus Kampagne 15. Die kann ich nur empfehlen. Die habe ich. Und die benutze ich. Und die finde ich ganz toll. Von der Nachtcreme habe ich ein paar Proben getestet. Und die finde ich auch okay. Die andere Produkte habe ich halt nicht getestet. Als dreiteiliger Set. Mit 60€ finde ich cool. 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 Ein super Preis. Weil wenn man die drei Produkte nimmt. Dann ist man nur mal bei den zwei Creme. Um 50€. Also der dritte ist fast gratis. Sozusagen. Also ja. Das lohnt sich im Dreierpack. Kann ich nur empfehlen. Und die Platinum Creme. ein Set 27,99€. Oder ein Set mit Augencreme und die Maske. So. Anew. 24,99€. Ich glaube ich muss meinen Vorhang ziehen. So. Unsere tolle Anion Produkte. Und Creme. So. Wieder ein paar Setz. Also today und tomorrow finde ich okay bei dem Preis. Dreiteiliger Set. Mit Duschgel und Körpercreme. Beide. Und jetzt habe ich auch noch ein paar. Und mit Geschenksacke dazu. Die sind ideal zum Verschenken. Oder einfach nur ein Duft mit 19,99€. Luminata wieder als Set. So. Schönes Verpacken. Mit 19,99€. Und der Lack. Wieder dreiteiliges Set. Ich finde die Produkte im Set sind viel billiger als wenn man sie einzeln kauft. So. Der 100ml Duft von Persive Eve Confidence oder Eve Alluring mit 20,99€. Today 100ml. Mit 31,99€. Today 100ml. Mit 31,99€. Aber Pur Blanca mit 15,99€. Also rarer ist das. Also rarer Perl ist das. Als dreiteiliges Set ist super. Mit 18,99€. Das ist sehr beliebt. Rarer Gold. Und rarer Orchideen. Abon Cherish im Set. Little Beddress. Also ich glaube es ist mehr als die Hälfte der Broschuren nur mit Sets. Viva La Vita verteiliges Set. Incandesens verteiliges Set. 1999. Wenn mir so schlecht sie nicht. für ihn 11,99 €. Dufte für Männer für 8,93 € oder für Frauen für 9,93 €. So, ein neues kleines Duft für Mädchen oder für junge Frauen. Petit Attitude. Und die kommen die Dufte. 1 für 18,99 €, 2 für 27,98 € und 3 für 35,97 €. Also natürlich, wenn man 3 kauft, kommt man billiger raus. Und für Männer auch, dasselbe Angebot. Körpercreme und Sprays. Hier der perfekte Duo für ein perfektes Paar, ein Herrenguck nach Wahl und ein Damenduck nach Wahl für 11,99 €. Also, du musst unbedingt 1 für Frauen und 1 für Männer bestellen, zusammen für 11,99 €. Und jetzt ein paar Männer-Sets. Elite Gentleman, 16,99 €. Victory, Wild Country, 100 ml, 15,29 €. Vierteiliger Set, zweiteiliger Set. Set. Also, es ist offensichtlich, dass die vierteilige Set viel billiger oder für besser ist als zweiteilige Set. Drei Euro mehr und dann hast du zwei Produkte mehr. Körperspray und ja. Hier noch ein Full Speed Set mit 16,99 €. Also, das ist doch billiger. Das sind, ähm, was für Rasieren, glaube ich. Sehen. Feuchtigkeitspflege. So. Der neue, das ist neu im, ähm, ich glaube im, jetzt im Z15, ist der neu. So, wie das seht, und einfach nur ein Duft, aber das ist 125 ml, das ist wirklich groß. Der neue Lippenstift, das jetzt in Kampagne 15 eingeführt ist, mit die Puder und so ein kleiner Schwamm. Ein Glow, Glow-Produkte für Bronze und Highlighter. Unsere 24 Stunden Power Stay Foundation oder der Flawless. Unsere Nagellackfarben sind nicht teuer als sonst. Lippenstift, Titatur, Produkte, auch nicht billiger, eigentlich auch nicht teurer, weil letztes Mal waren sie mit 99, glaube ich, im Angebot. So, wieder ein paar kleine Sets. Make-up. Und hier ein neues Produkt, ein super tolles Produkt. Eine Lidschattenpalette mit 20 Farben. Supreme. Das sind dezente Looks. Und dazu die zweite Palette Playbook Extrem mit Knallfarben. Dazu kann man sich mehr und vor Pinsel für nur 1 Euro dazu bestellen. Für diese Paletten, glaube ich. So, dann noch eine Palette mit 4. Das weiß ich gar nicht, wie es heißt. Das ist mit 6 Farben. Die finde ich toll. Hier wieder eine Palette mit 8 Farben. In dieser Kampagne sind ganz viele Paletten. Die sind alle neu. Das ist noch eine Palette mit 15 Farben. Also, ich finde die Sachen toll. Weil bis jetzt wir ganz, ganz wenig davon hatten. Aufbewahrung Boxe. Und dann, ja, was noch. Nagellack. Nagellfix. Die habe ich auch dabei. So habe ich jetzt mein Nagellack getan. Ich wollte es euch zeigen. Und dabei ist mir runtergefallen. Den habe ich, genau den. Es ist aber nur ganz wenig. Ich habe nichts drunter, nur den Nagellack. Dieser Blitzer. Also, 3,29 ist gar nicht viel. Und für die festen, so mit Glitzer. Und man kann es über ein normales Nagellack tragen. Ich finde es toll. Also, auf dieser Seite ist alles für die Brauen. Für die Puderperl plus Pinsel für noch 11,99. Clemastix 3,49. Lippenstifte 3,29. Die sind gar nicht teuer. Also, der Preis muss wirklich stimmen. Hier der neue Augenlidschatten oder Puderlidschatten. Das ist genauso wie der Lippenstift. Mit so einem Pinsel und Puder drinnen. Und hier, was mir aufgefallen ist, das sind nur Proben. Das muss in Kampagne 17 kommen oder später. Weil hier steht, testen Sie als Erster der neue Pism-Lippenstift. Aus der nächsten Broschur. Also, im 17 kommt danach. Kommen die raus. Und hier sind alle Farben zum Testen. Das finde ich toll. So, Nagellacke und Nagelprodukte. Kleidung und Schmuck. Ist mir wirklich komisch, so die Broschur zu präsentieren. Weil es nervt. Weil ich... Man sieht nicht die ganze Seite. So, Kleidung. Also, ich mit meiner Form interessiert mich nicht wirklich für Kleidung von Avon. Weil... Mit 46, 44 so... Finde ich selten was, was mir passt. Und ich bin kein Kleiderträger. Schöne Taschen. Haus-Schuhe und Haus-Socken. Die Pyjama, die schaut gemütlich aus. Also, der kleine Bär. Wer würde das nicht süß finden? Oder vielleicht stehst du auf Eulen. Das sind Eulen und Ohrstecher. Eine Kette mit Ohrstecher. Mehr Eleganz. Taschen, Uhren, Schmuck. Diamantring. Meine Farbe. Dann. 8. 10. 11. 12. 16. 18. 17. 19. 20. 30. 20. 20. 20. Powerbank in Reifenform, oder eine Tasche für Männer, und auch für Männergeschenke. So, die Damen Lingerie, so, die mag ich, Aromatherapie, die neue Produkten, Kalm, davon habe ich nur die Handcreme, aber ich finde sie toll. Diffuser und, so, eine Pyjama, eigentlich keine Pyjama, Wolfelset. Die Produkte, die auf dieser Seite sind, die werden entweder total herausgenommen, entweder ersetzt. Wer dieses Duft liebt, jetzt zu schlagen, weil sonst findet man ihn nicht mehr. Oder bei den Lippenstiften, die sind Produkte, die nicht so viel bestellt sind, oder nicht so oft, nicht so gut angekommen sind. Oder die bekommen eine neue Verpackung, eine neue... Und die werden so, wie die jetzt in der Broschüre sind, nicht mehr zu finden sein. Also, Set, drei Produkte, 7,99 Euro, kommt billiger im Set als einzeln. Die finde ich toll. Habe ich selber. So, jetzt wieder von Remington, Lockenstab und Haargletter, wie gesagt, 139,99 Euro, hm. Ich finde die Produkte einfach nur teuer. Also, ich persönlich würde es mir nicht kaufen. So, Shampoos, Bürsten, den Set, die Produkte, die kann ich euch empfehlen. Ich habe mir das Set bestellt, letztes Mal im Angebot. Die Creme habe ich angefangen, die Maske habe ich verschenkt, das Spray mag ich und die Creme auch. Also, die Produkte von Aromatherapie. Ich bin vernarrt in die. Ich habe früher so viel mit Tufflampen rumgetan, bis ich meine Kinder bekam. Und dann habe ich die irgendwo gelesen, dass die ätherische Öle den Babys, den kleinen Kindern nicht gut tun. Und dann habe ich halt blassen müssen. Aber die mag ich. Schau, so kleine Sets. Zweiteiliges Set, 6,99 Euro. Und hier Zweiteiliges Set, 11,99 Euro. Aber das ist eine große Peeling, Corporate Peeling mit 200 Milliliter. Das ist wirklich ein großes Gefäß. Und Nail Spa, 3,99 Euro. Zweiteiliges Set, 3 Masken im Set, 5,99 Euro. 3 Produkte für Füße, 3,99 Euro. Und alle drei Körpersprays der Serie mit 9,99 Euro. Den finde ich toll. So, ich habe jetzt kaum Batterie mehr bei meiner Kamera. Also muss ich halt ein bisschen schneller blättern. 5,99 Euro im Set, ab 5,99 Euro. Im Set ist 7,99 Euro. Was ich gesehen habe und mich wirklich interessiert und ich mit euch teilen will, sind die Sets von Avengers, 10,99 Euro im Set und Frozen 2. Jetzt kommt der Film Frozen 2 im Kino. Und es werden auch von Avon jetzt Kosmetikserien angeboten. Ich weiß nicht, ob der Duft dasselbe ist wie beim Frozen. Aber weil der Film jetzt Frozen 2 heißt, dann sind die Produkte auch, was wir nicht gehabt haben. Handcreme, Haargel, Duft und Lipgloss. Das ist mit 15,99 Euro ein Set für Mädchen. Also auf dem Lipgloss würde sich meine Kleine sicher freuen. Handcreme auch. Haargel haben wir nicht genug Haare für die Frisuren. Aber... So, was ist jetzt neu? Ein Lippenbalsam ist in dieser Serie neu. Und sonst, ich glaube, das ist dieselbe Produkt in anderer Verpackung. Duschgel, Shampoo, Entwürfspray, das haben wir bereits. So, Lippenbalsam müssen wir noch mitbestellen. Und hier ist wieder ein Set, ein dreiteiliges Set mit Geschenktasche 13,99 Euro. Mit Parfum und Shampoo und Duftgel, ich sage euch, es ist billig. Da kann man zuschlagen, weil normal nur ein Duftgel 11,99 Euro, nur ein Parfum 11,99 Euro kostet. Und wenn man ein Duschgel oder Shampoo dazu rechnet mit 4,29 Euro, dann ist man schon drüber 13,99 Euro. Das kann ich nur empfehlen. Und jetzt haben wir wieder im Angebot dieser Sonderedition Winter Magic Seife Duschgel. So, danke für Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Ich glaube, man kann die Produkte besser sehen, wenn ich die Bilder herunterlade und ein Video davon mache. Sagt mir ihr, was ihr davon haltet. Danke, tschüss.